Da kommt die Speedfire. So was von leise, ne? Da gehört ein Soundmodul rein. Benedini! Mach mal einen Überflug hier parallel zur Straße. Ja, mach ich jetzt. Hört sich gut aus. Und andere Seite. Die fliegt ja wie Butter, ne? Ja, aber hallo. Da ist der Pilot, der gleich Kacke in der Hose kriegt, weil er landen muss. Pass auf, hinter dir. Ey, auf dem Acker sehe ich die gar nicht. Ja, aber nachher sieht man das auch so. Mit der Kamera. So, gehen wir jetzt von der Straße mal runter. Wenn man bedenkt, dass Mike seine Kiste auch noch mehr Spannweite hatte. Das sieht gut aus. Gut. Und lenken. War ganz gut, dass wir nach hier gegangen sind. Ja. Ja. Ja.